Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 444. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Patricia. Hallo. Und der Basti. Gude und Grüße, meine Freunde. Ja, die anderen lassen sich entschuldigen, die gehen der Erwerbstätigkeit nach. Das heißt wohl, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns noch nicht genug gespendet habt. Ne, Scherz beiseite. Auch dieses Jahr unterstützt ihr uns wieder großartig und deswegen möchten wir an dieser Stelle Danke sagen und wenn du da draußen uns jetzt gerade hörst und noch nicht drüber nachgedacht hast, uns hier zu unterstützen, dann schau doch mal unter eintracht-podcast.de vorbei und dann findest du dort alle Informationen, während wir hier über die Eintracht reden. Das könnte heute ein bisschen spannend werden, weil Basti gestern bei 390 gesagt hat, er redet nicht mehr über die Eintracht, bevor sie nicht einen weiteren Stürmer verpflichtet haben. Mal gucken, ob wir ihm heute noch ein Wort zur Eintracht entlocken können. Ja, was uns alle so ein bisschen umtreibt oder was man an vielen Stellen jetzt gerade feststellt, ist so erster Spieltag, Dortmund war nicht so geil, Pokal aus, auch nicht so geil und man erwartet jetzt irgendwie so endgültige Aussagen, wo die Eintracht am Ende des Jahres landet, aber irgendwie ist das gerade alles nicht so einfach, oder Patricia? Nee, also was will zu groß ableiten? Es ist klar, war das ein schlechter Start und klar sieht man, dass es da einiges zu verbessern gibt, das wissen aber auch die Trainer, das wissen die Spieler, das wissen alle Verantwortlichen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass das nicht offensichtlich genug ist und jetzt muss man halt abwarten, wie das weiterläuft, ob da noch Lücken geschlossen werden, wie sich das alles entwickelt, ob sich das so mit der Zeit gibt oder ob da irgendwie schwerwiegendere Probleme sind, weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen, werden wir sehen. Ich glaube, so in ein paar Wochen können wir da schon ein bisschen tiefer gehen, drüber reden. Ja, vor allem auch dann, wenn man tatsächlich weiß, mit welcher Mannschaft man letztendlich zumindest die erste Hälfte der Saison bestreiten will, weil wir haben noch drei Wochen, dreieinhalb Wochen Transferfenster, da kann ja noch das eine oder andere passieren, also es ist jetzt auch schwierig, da irgendwelche Urteile oder Ableitungen oder Vermutungen in den Raum zu stellen, wenn ich gar nicht weiß, was das Handwerkszeug ist, mit dem der Trainer da am Ende dann agieren kann. Oder Basti, möchtest du mit uns reden? Ich habe jetzt die ganze Zeit probiert, eine Möglichkeit zu finden, hier teilzunehmen und wirklich nicht über die Eintracht zu reden. Ja, Borussia Dortmund war sehr gut, der Gegner von Dortmund, der hatte da und da Probleme, wird aber wahrscheinlich mir dann zu anstrengend, deswegen breche ich das hier ausnahmsweise. Ich habe ja auch eigentlich nur gesagt, nur bei 3,90, also von daher. Wird der Herr Lossner mir das erlauben, juristisch gesehen? Ja, ihr habt ja alles schon gut zusammengefasst, ich tue mich auch schwer. Patricia war ja jetzt im Heimspiel, überragender Auftritt übrigens, vielen Dank. Vielen Dank auch. Ich war die Woche davor da und wir hatten glaube ich beide dieselbe Problematik, dass klar in so Sendungen dann irgendwas Definitives verlangt wird, aber man kann es halt nicht liefern. Und man will auch aufpassen, dass irgendwie negative Dinge, die einem auffallen und da gehört für mich tatsächlich noch der nicht fertige Kader bei mir dazu, die aber auch nicht zu hoch zu hängen, weil das hört sich dann immer so an, als wenn die Eintracht mit dem Kader, den sie jetzt hat, absteigen würde. Das ist ja halt auch nicht so. Du willst den Leuten auch nicht Unrecht tun und es gibt halt sehr, sehr viele Faktoren in diesem Kader und in dieser Planung, die einfach noch Zeit brauchen und die, bevor diese Zeit abgelaufen ist, noch keine Bewertung möglich ist, meiner Meinung nach. Natürlich können wir sagen, dass du in Dortmund dich nicht so abschlachten lassen musst, kann man wieder entgegensetzen, weiß nicht, Haaland, wir haben es gestern bei 3,90 gesagt, Haaland würde wahrscheinlich alleine gegen Kräuter Fürth gewinnen. Also ich habe mal aufgeschrieben, Haaland ist das 8. bis das 99. Weltwunder quasi. Es ist halt eine Maschine und man muss auch sagen, die Eintracht hat es ihm, der auch schwierigere Lösungen findet, manchmal auch noch einfach gemacht. Also die zwei Vorlagen, die er gibt, so individuelle Fehler darfst du halt da nicht machen. Die Frage ist jetzt, wie hoch hängt man diese Fehler und da bin ich noch unsicher. Wenn die sich jetzt die nächsten Wochen durchziehen, bin ich der Letzte, der das immer wieder verharmlosen will. Aber um da jetzt zu sagen, oh Gott, da ist der ein oder andere mit dem Kopf woanders oder der andere ist schon seit Wochen schlecht, sehe ich nicht. Ich bin dann immer eher so, dass ich sagen muss, mir geht die Kritik, die dann teilweise geäußert wird, zu weit und dann setzt bei mir so ein Mechanismus ein, der dann relativieren will, was dann vielleicht sogar dazu führt, dass ich es zu sehr verharmlose. Weiß ich nicht genau, aber bei mir sind noch keine Alarmglocken an. Ja, geht mir ähnlich. Bleiben wir vielleicht mal bei dem Dortmund-Spiel. Also was man ja auf jeden Fall auch da wieder sehen kann und ich glaube, das ist etwas, was man schon so ein bisschen absolut sagen kann, dass so ein Trainerwechsel eben nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Auch dann nicht, wenn der Kern der Mannschaft bestehen bleibt, weil eben jeder Trainer eine eigene Philosophie hat, wie er spielen will. Und ich finde, das hat man auch gerade bei dem Dortmund-Spiel gesehen. Wir standen sehr hoch und sind halt gerade damit bei so einer Mannschaft wie Dortmund, die halt schnelle Spieler hat, sehr oft in diese Kontersituationen reingelaufen, was du halt, wenn der Gegner so einen Stürmer wie Haaland da vorne hat, einfach nicht passieren sollte. Und da waren wir so ein Stück weit machtlos, obwohl ja die Abwehr mehr oder weniger die gleiche war. Aber da hast du halt einfach gesehen, dass diese Spielphilosophie doch eine andere ist und man sich da anscheinend an der Stelle noch ein bisschen schwer tut. Was mich allerdings bei dem Thema Abwehr gewundert hat, und das war ja auch etwas, was ihr im Heimspiel gestern besprochen habt, ist die Variante, dass Ilsanka für Tutor in der Startelf stand. Das war ich beim Training nicht dabei und kann es nicht beurteilen. Mich hat es trotzdem irritiert. Dich auch, Patricia? Ja, also schon. Vor allem, weil ich jetzt irgendwie den Grund nicht so richtig gesehen habe. Also klar, Pokal aus, aber ich weiß halt nicht. Keine Ahnung, Tutor hat jetzt in dieser Saison tatsächlich ein Spiel gemacht. Jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, ich werde es abstellen. Ich versuche es auch die ganze Zeit. Er hat ein Spiel gemacht und das war vielleicht nicht so gut. Okay, das war bei anderen auch nicht so gut. Das ist dann jetzt wahrscheinlich schon leistungstechnisch oder kam noch irgendwie was raus, dass er irgendwie doch angeschlagen war oder so. Meiner Erkenntnis nach nicht, bin mir nicht sicher. Ich habe nichts gelesen. Er war ja auch auf der Ersatzbank. Also prinzipiell zumindestens so fit, dass man ihn mit in den Spieltagskader reingibt. Vielleicht ging es dann irgendwie um Erfahrung oder so. Also Ilsanka hat ja mehr Erfahrung als Tutor und dann dachte man sich, okay, gegen Haaland, gegen Dortmunder, die schon einen nicht so schlechten Kader haben. Ist das vielleicht die sichere Variante? Ich hatte auch so die ersten Minuten zumindest, hat er ja so ein paar Grätschen rausgehauen, die auch gesessen haben. Dann dachte ich mir so, oh gut, funktioniert ja ganz gut. Okay, hinten raus hat sich das dann so ein bisschen relativiert, war dann doch nicht mehr so gut. Und ja, ich weiß nicht. Ich erkläre es mir vielleicht einfach mit der Erfahrung, aber weiß auch nicht so recht. Ja. Was hast du für eine Theorie? Ich glaube, er wollte ihn vielleicht nicht zum Fraß vorwerfen, weil ich glaube auch Glasner wird nicht entgangen sein, wie Haaland drauf ist und dass Dortmund offensive Power zu bieten hat. Und es gab die Diskussion, es gab diesen Wackler in Mannheim. Ich glaube, dass er dann einfach, weiß ich nicht genau, ich habe nicht mit ihm gesprochen darüber, aber dass er vielleicht einfach gedacht hat, okay, Ilsanka hat schon ein bisschen mehr gesehen und den würde das nicht zu sehr aus der Bahn werfen, wenn er halt hier von Dortmund abgeschossen wird. Weil ich glaube nicht, dass das Spiel anders gelaufen wäre, wenn Tutor dabei gewesen wäre, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber natürlich wären die Diskussionen größer geworden. Und ich glaube, Ilsanka, der ist Diskussionen gewohnt, der kann das abschütteln. Und vielleicht wollte er Tutor einfach so ein bisschen schützen, zu sagen, ich gebe ihm jetzt nochmal eine Woche irgendwie Bedenkpause. Auch um ihm zu zeigen, dass nicht alle Last auf ihm liegt. Zu sagen, hier Digga, wenn du brauchst dich nicht schämen, du bist ein junger Kerl. Wir wissen, dass du deine Downs haben wirst, das gehört zu der Entwicklung dazu. Und wenn das so ist, dann lasse ich dich auch mal draußen. Dann brauchst du keine Angst haben, dass du da irgendwie nervös werden musst. Und dann kommt er vielleicht gegen Augsburg wieder rein und alles ist gut. Weiß ich natürlich nicht. Ist aber so der Gedanke gewesen, den ich hatte. Es wirkt auf mich jetzt nicht so, als wenn hier das Ende von Tutor eingeleitet wird. Ja. Ist auf jeden Fall eine Theorie, mit der ich mich anfreunden könnte und würde auch, glaube ich, an der Stelle Sinn machen. Zweite Thematik, die mich bei der Startaufstellung so ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich der Startbeginn von Barkok. Ist das jetzt nur, weil man keine Alternativen gehabt hätte, was ich nicht glaube, weil du hättest ja einen Lindström auch bringen können oder auch einen Younes. Wobei über Younes müssen wir gleich nochmal reden. Oder ist das so, weil der Trainer ihn doch eher auf dieser Position sieht und er besser in das Spielsystem passt? Was meinst du, Basti? Das ist mir noch ein Rätsel, weil ich war auch nicht bei der ganzen Vorbereitung dabei. Anscheinend hat Barkok ja trotzdem eine einigermaßen gute Vorbereitung gemacht und es ist jetzt nicht so, dass ich mich wehren würde, wenn Barkok spielt. Aber er hat halt wie alle anderen aber auch natürlich nicht geliefert. Und du hast Younes schon angesprochen, ich glaube, den muss man da als Alternative rausrechnen. Lindström gilt bei meiner Meinung nach noch mehr als für Tutor, dass man ihn jetzt auch nicht irgendwie reinwerfen kann, zu sagen, hier, wir spielen uns in Dortmund, go. Sondern der wird sich reinarbeiten müssen. Diesem Spieler rechne ich auch jetzt nicht in den nächsten Wochen zu sagen, okay, der wird jetzt voll da sein. Der muss sich auch körperlich erstmal dran gewöhnen. Der wird, wenn er irgendwie ein bisschen mehr Körper aufgebaut hat, auch in ein Loch fallen und so weiter und so weiter. Das heißt, wahrscheinlich war das einfach alles, was da war. Und ein bisschen ist es vielleicht dann auch so, dass Glasener mit dieser Aufstellung auch gezeigt hat, Leute, so unglaublich viele Optionen habe ich nicht. Und ja, dann hast du halt Kamala, Barkok und Bore da vorne und die haben mir ein bisschen leidgetan, weil die passen meiner Meinung nach überhaupt nicht zusammen. So von ihren Spielertypen her. Und wie die ein Spiel angehen, können sie auch noch nicht. Die kennen sich auch jetzt nicht so gut. Und die sind natürlich alle drei jetzt auch keine absoluten Kanten, wo du denkst, okay, die können viel, viel Unruhe stiften irgendwo. Und deswegen, für mich war es falsch, so aufzustellen. Aber mein Gott, wer bin ich? Ich bin kein Trainer. Ich sitze jetzt hier auf meiner Couch und rede darüber. Also von daher werden die sich da was dabei gedacht haben. Oder wissen selber, das ist momentan das Beste, was wir zu bieten haben, weil der ein oder andere Dominostein auf der Abgangsseite fallen muss, um das zu verbessern. Und Patrizia hat, glaube ich, den wichtigsten Satz gesagt, das werden die wissen. Und wir sind, glaube ich, nicht mehr in der Situation, dass wir Angst haben, dass die Eintracht das nicht weiß. Was manchmal sogar so war. Wo du der Eintracht beim Scheitern zuschauen konntest und offensichtlich sehenden Auges Fehler gemacht wurden, wo du dachtest, Alter, was macht die denn da? Das hat sich ja in den letzten Jahren gewandelt. Und die sind auch gar nicht so lange her. Die sind gar nicht so lange her, genau. Aber das hat sich ja in den letzten Jahren gewandelt, dass man nicht mehr zu Hause nervös ist und denkt, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Sondern man weiß, glaube ich, kommt ja auch immer in den Interviews wieder, immer wieder zum Tragen, dass sie sagen, ja, wir haben analysiert, Schnelligkeit fehlt. Und ich glaube auch, dass die hinter den Kulissen an einem Stürmer arbeiten und so weiter und so weiter. Das Einzige, was, glaube ich, niemand irgendjemals scheinbar auflösen wird, ist die rechte Außenbahn, weil irgendwie wir da immer genug Spieler haben und es einfach nicht behoben wird. Ja, also du hast einen wichtigen Punkt genannt, dem ich auch komplett zustimme, nämlich die Variante, dass du zwar individuell drei durchaus solide Spieler mit Barkok, Kamadada und Boreda hast, die aber tatsächlich nicht zusammenpassen. Du hast mal mit einem Barkok jemanden, der, das haben wir ja in der letzten Saison auch schon des Öfteren festgestellt, in dieser Offensivvariante ganz gut ist. Und ich glaube auch für dieses Pressing-System, was Klasner sehen will, ganz gut funktioniert. Und du ihn halt auf dieser Position dann so ein bisschen von dieser Defensivarbeit entlastest, die ja nicht so unbedingt seine Stärke ist. Dann hast aber das Problem, dass du da einen Offensivspieler hast, der dieses Pressing spielt und sich den Ball erobert und dann aber mit Bore einen Spieler hat, der auf einmal hinter ihm ist, was dir ja dann auch wiederum nichts bringt, weil du damit ja so ein, ich weiß nicht, ich hätte Bore am Wochenende fast so als so ein bisschen Box-to-Box-Spieler gesehen, weil der ganz oft sich hat sehr weit fallen lassen, um sich Bälle irgendwie zu holen und damit halt deine komplette Offensivarbeit dann halt einfach vor die Füße ist. Und Kamada ist dann eher so dieser Kreative, der den Steckpass irgendwie spielt, aber dafür musst du ihn halt auch erstmal irgendwie jemanden haben, der da ist. Also so richtig harmonisieren tut es tatsächlich nicht. Es ist halt auch ganz im Ernst, in der Summe zu wenig Torgefahr für eine Offensiv-Dreier-Reihe. Weder Barkok noch Kamada noch Bore, was auch ihm schon vorausgehalten ist, als er herkam. Das sind alles keine Sniper. Und wenn du drei davon da hast, hast du es ja gesagt, dann hast du halt sehr wenig Torgefahr, die dann meiner Meinung nach auch, wenn ich da ein bisschen Analyse machen will, in beiden Spielen auch dazu geführt hat, dass du halt die Defensive so in Bedrängnis bringst. Und ich weiß, dass das irgendwie vielleicht eine Sichtweise, die ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht ist, aber wenn du offensiv nichts entfalten kannst, hast du die Abwehr immer unter Stress, dass dann zwangsweise irgendwie Fehler passieren, die aber natürlich auch nicht diese absoluten Böcke da erklären, die dann da gemacht wurden. Also ich glaube, die Wahrheit liegt leider, auch wenn es schwierig ist, wie immer, meistens irgendwo in der Mitte, vielleicht ein bisschen links, vielleicht ein bisschen rechts von der Mitte, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Und dann hast du ja die rechte Außenbahn angesprochen. Und da haben wir ja jetzt jemanden, der da spielen kann. Und der kam ja dann auch irgendwann später im Spiel, Jens-Peter Hauge, und hat ja dann auch ein Tor gemacht. Also ganz ohne Option sind wir da tatsächlich nicht. Auch wenn er jetzt in den ersten paar Minuten gespielt hat, Patrizia, wie hat er dir denn gefallen in den paar Spielminuten? Ganz gut. Also wir haben generell die Neuzugänge jetzt vielleicht Boree ein bisschen rausgenommen, einfach weil das ist gar nicht seine Schuld. Basti hat es ja schon erklärt, der hängt da auch so ein bisschen verlassen vorne drin aktuell. Aber vor allem steinigt mich nicht. Ich weiß, die Aussprache ist falsch mit Hauge. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt genau die Frage gestellt, weil wir wurden bei Fußball 2000 auch massiv kritisiert, dass wir es nicht wissen. Und angeblich wäre das irgendwo aufgeklärt worden. Das ist aber an mir vorbeigekommen. Weißt du, dass hier einer ganz sicher... Ja, ja. Fjordhoff hat ein Video gemacht, wie man es richtig ausspricht. Und er muss es ja wissen. Das Problem ist nur, ich komme mir immer sehr dumm vor, weil ich das glaube ich nicht eins zu eins so nachstellen kann. Und es ist aber irgendwie so ein Hauge oder Höge oder so. Also eher so ein Ö-Ä-Ding laut. Also es ist nicht Hauge und es ist auch nicht Hoge, wie Sky das immer gesagt hat. Es ist so ein Höge oder so. Also Leon hat gerade eben in Lautschrift H-Ä-Ü-G-E, also Hä-Ü-G-E. Hä-Ü-G-E. Ja, genau. Genau. So in etwa. Aber ich komme mir immer ein bisschen dumm vor, weil ich immer Angst habe, dass es doch komplett falsch ist. Ja, da machen wir es jetzt einfach ganz... Aber aus Respekt möchte ich ihn ja richtig aussprechen. Deswegen bin ich gerade in so einem Dilemma. Ja, da machen wir es einfach ganz simpel. Ich weiß, Basti mag es, wenn Spielernamen abgekürzt werden. Habe ich gestern bei 390 gelernt. Er heißt ja Jens Peter. Wir nennen ihn einfach JP. JP H. Also... Fertig. Ganz einfach. Okay, auf jeden Fall. Er hat mir gut gefallen eigentlich. Also man hat schon gesehen, was er so mitbringt, auch an, ja, nicht Voraussetzungen, aber ja, was er für Eigenschaften hat. Und ich finde, es ergibt auch immer mehr Sinn, warum man ihn geholt hat. Also klar, er ist sehr variabel einsetzbar, wie viele Spieler aktuell bei der Eintracht, aber eben auch rechts. Aber auch in der Zentralen. Und wenn man dann ja diese Junis-Option jetzt wohl rausrechnen muss, ist das irgendwie alles schon... Man hatte ja, also ich hatte zumindest Angst, ja, der kann auch links und was ist mit Kostic und so weiter und so fort. Ich habe immer noch Angst, aber es erklärt sich jetzt schon so ein bisschen mehr, was vielleicht der Plan ist. Und scheinbar ist er ja auch schon weiter, als man vielleicht denkt. Also zumindest war er ja eine Option für die Einwechslung und hat das ja auch schon ganz gut gemacht. Also er hat sich eigentlich schnell eingefügt auch. Ja, finde ich auch. Und für mich ist er eigentlich auch so ein kleiner Blick in die Zukunft Richtung Viererkette, weil ich glaube, dass du, wenn du sagst, René, dass wir auf der rechten Seite eine Alternative haben. Ich glaube, er ist auf jeden Fall zu offensiv, um das Äquivalent zu Kostic zu sein. Das wäre, glaube ich, dann auf beiden Seiten zu krass. Deswegen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ein 4-4-2 spielst oder ein 4-2-3-1 oder je nachdem, wie man das dann aufstellen will, hast du dann quasi eine echt geile Flügelzange. Weil er ist Rechtsfuß, er hat viel auf Links gespielt, um dann nach innen zu ziehen. Das kennen wir ja von anderen Spielern. Und wenn du aber Kostic und ihn dann als Flügelzange hättest, das wäre auch eine geile Option. Wenn du dann halt Bore plus Mr. X da vorne drin hast, dann sieht das alles schon ganz, ganz anders aus da vorne. Dann hat Kostic nicht mehr so viel nach hinten zu rennen. Du musst halt gucken, dass du irgendwie Stabilität dann in diese Viererkette bekommst. Und dann hat die Eintracht da eine Option, um sich vielleicht von diesem, ja, Sicherheitskissen Fünferkette zu lösen. Weil du ja manchmal auch das Gefühl hast, die Eintracht, jeder Trainer, der hier herkommt, macht das nur, weil er denkt, okay, die finden sich da wohler. So. Und vielleicht muss man aus dieser Komfortzone auch mal ein bisschen raus, um ja auch manchmal andere Stilmittel zu haben. Weil ich bleib dabei, das hat sich zum Beispiel nicht geändert. Da habe ich auch mehr Stichproben, was dieses System betrifft, dass du sehr, sehr oft auf den Flügeln landest, in dieser Flanken-Halbfeld-Position und spätestens da nichts mehr weißt, halt einfach dann rein zu flanken. Hat vielleicht ab und zu geholfen, wenn Silver da stand und sich irgendwie den Ball, entweder per Kopf oder sonst irgendwie gesichert hat, um den dann reinzuwurschteln. Spätestens jetzt wird es halt unglaublich sichtbar, dass das nicht mehr funktioniert, wenn du die drei da vorne hast. Das war in den zwei Spielen auf jeden Fall zu sehen. Und da bin ich, wäre ich auf jeden Fall großer Fan, wenn man da noch ein bisschen mehr Instrumente hätte. Und alle Transfers sprechen ehrlich gesagt dafür. Der Lenz-Transfer war so einer. Der Transfer jetzt von JP H war auch einer. JP H war auch einer, dass du das Gefühl hast, eventuell will Glasner das machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast es ja gegen Dortmund gesehen. Da hat er ja in der zweiten Hälfte dann tatsächlich auf die Viererkette umgestellt. Warte mal ganz kurz, ich habe es ja auf so einer Internetseite. Helge. Ja, okay. Wir bleiben, ich bleibe bei JP. Ist einfacher. Oder er. Wo war ich? Achso, genau. Er hat ja auf Viererkette umgestellt. Ich fand auch, dass es gerade gegen Dortmund durchaus Stabilität gebracht hat, weil die Abwehr auf einmal dann, oder dadurch dann einfach sicherer war, weil du eben mehr diese Konter dann blocken konntest. Du hast aber auf der anderen Seite in der Offensive gesehen, vorrangig eben auf links, dass die noch nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollten, weil dann ein Kostic mehr in der Mitte war und Lenz ihn überholt hat. Ähm, also wir haben halt in der Vorbereitung, in allen Vorbereitungsspielen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, immer mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt. Null-Spielpraxis mit einer Viererkette. Das heißt, du müsstest das jetzt so im laufenden Betrieb irgendwie einstudieren und da weiß ich nicht, ob ich mich da gerade so sehr optimal oder so sehr gut mitfinde. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, es passt irgendwie nicht zusammen. Vielleicht lag es eben daran, dass das Spielmaterial in dem Moment noch nicht da war, um wirklich mit einer ähm, Viererkette zu spielen. Auf der anderen Seite hätte man es wahrscheinlich dann irgendwie mal probieren müssen. Und dafür fehlen mir so ein bisschen die Stichproben. Ja, ich würde da gar nicht so viel zu sehr hineingeistern, weil ganz im Ernst, wenn du eine Viererkette spielst und du hast einen defensiven Sechser noch in dieser Doppel- zentralen Mittelfeldposition, sobald sich einer von dem zurückfallen ist, hast du sofort wieder eine Fünferkette. Ja, und dann... Wenn du eine Statik verlierst, dann ziehst du einfach einen Sechser kurz zurück, meine Güte, dann geht dir vielleicht ein bisschen Offensivkraft verloren, aber dann hast du quasi wieder zumindest hinten die Grundformation, die dir wichtig ist. Ich bleib dabei, auch wenn das viele, viele Leute anders sehen, meiner Meinung nach ist die Abwehr nicht das Problem, sondern die gesamte Spielstatik, die dann da halt erst zusammenbricht, so. Da will ich auch gar nicht zu viel in eine Vierer- oder Fünferkette hineingeistern, weil mir das immer zu schnell geht, so zu denken, ah da war eine Viererkette, ah deswegen war es schlecht, so. Das ist leider manchmal nicht so einfach und dann braucht man einfach viel, viel mehr Eindrücke und man muss dann wahrscheinlich leider auch denjenigen vertrauen, die aufstellen, weil die wissen immer noch mehr als wir, egal wie sehr wir uns wünschen, irgendwie eine Analyse zu machen. Glasner wird schon wissen, ob er dieser Mannschaft eine Viererkette zutraut oder nicht. Vor allem mittlerweile, also mittlerweile haben wir so Trainer, wo ich irgendwie Vertrauen habe und denke, ja, die wissen schon, die haben Erfahrung, er hat das jetzt auch nicht ganz schlecht gemacht in Wolfsburg, also, er wird das schon irgendwie regeln können und er redet mit den Jungs, nicht ich. Ich habe ja keine Ahnung, wer sich wie fühlt und wer sich auch mit welchen Stärken irgendwie ja jetzt irgendwie zeigen möchte, ich habe keine Ahnung, aber das wird ja Glasner wissen, von daher kann sein, dass das noch Zeit braucht, kann auch sein, dass das sich noch nicht ganz gefunden hat, aber es wird sich hoffentlich finden. Also, ich habe da jetzt momentan noch nicht so große Sorge, aber reden wir in ein paar Wochen nochmal. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich irgendwann mehr Sorgen, aber dann kann man es vielleicht auch konkreter greifen, was das Problem ist und nicht mehr dieses, ich weiß es nicht genau, irgendwas stimmt noch nicht, aber wir wissen auch noch nicht, was so, keine Ahnung. Da bin ich tatsächlich auch froh, dass ich diese Aufstellung nicht machen müsste, weil ich wüsste zum Beispiel schon bei einem 4-2-3-1-System gar nicht wenig da draußen lassen würde, weil du einfach dann dazu gezwungen bist, Spieler, die bislang sehr wichtig waren für unser System, draußen auf der Bank sitzen zu lassen. Da kommst du nicht drum rum. Aber vielleicht erledigen sich auch ein paar von diesen Optionen quasi von allein, ihr hattet gerade eben ja schon gesagt, Junis muss man da so ein bisschen rausrechnen und da stelle ich mir gerade die Frage, was ist denn da los, wenn du als Spieler die Option hast, mit Eintracht Frankfurt in der Europa League zu spielen, dich zu diesem Verein auch und zu der Stadt und so weiter bekannt hast und dann die Option, die du jetzt irgendwie ziehst, Saudi-Arabien ist. Da ist doch irgendwas so ein bisschen komisch gelaufen, oder Basti? Hier würde ich tatsächlich gerne diesen Schweige-Joker ziehen und sagen vielleicht sagt er uns das irgendwann und dann werden wir es wissen, aber das ist glaube ich ehrlich gesagt, bin ich zu verärgert über diese komplette Krause, als dass ich da jetzt anfangen wollen würde zu spekulieren, was da genau passiert ist und wer jetzt hier der schwierige Part in dieser Diskussion muss zwingen. Ich kann einfach nur festhalten, ich finde es sehr, sehr schade, dass es so ist. Akzeptierbar auch natürlich, wenn irgendeine Partei sagt, nee, das geht an der und der Stelle nicht mehr, kann es scheinbar niemand zwingen, auch wenn ich das gerne probiert hätte. Ja, zwingen ist sowieso immer schwierig, aber es wirkt halt von außen betrachtet so ein bisschen unddurchsichtig, weil ja doch die Anzeichen vorher eigentlich komplett andere waren und ich meine klar, wenn es jetzt irgendeine super spannende Liga gewesen wäre, die sich da aufgetan hätte, aber das ist jetzt halt die Saudi-Arabische Liga jetzt an der Stelle auch nicht. Also es wirkt von außen betrachtet einfach so ein bisschen merkwürdig. Aber scheint ja tatsächlich so zu sein, wenn man den aktuellen Meldungen glauben darf, dass das jetzt quasi in trockenen Tüchern ist und jetzt nur noch Vollzug gemeldet werden muss. Ja, ist schade. Also wir wissen ja die Beweggründe nicht. Deswegen, ich möchte auch, also ich glaube, ich kann mich da Basti anschließen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spekulieren. Ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Seite da hervorheben als die, die Recht hat oder Unrecht hat. Ich weiß es nicht. Dafür habe ich keine Sicht drauf. Es wird Gründe geben, weil ich, ich habe Yunus das tatsächlich abgenommen, dass er sich hier wohlfühlt und auch diese ganze Hanau-Sache und alles. Ich will ihm da nicht vorwerfen, dass das alles nicht gestimmt hat und dass das nur medial war. War es wahrscheinlich auch nicht. Aber dann muss irgendwas vorgefallen sein, weshalb es einfach scheinbar nicht mehr zusammenpasst oder man nicht mehr zusammenkommen kann in bestimmten Punkten. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, vielleicht auch nicht. Ich finde es spielerisch unmenschlich eigentlich. Also zumindest von dem, was ich bisher von ihm so gesehen und erlebt habe. Schade. Weil ich auch denke, wir haben diesen Spieler nicht im Kader, wenn er geht. Also diesen Spielertyp nicht. Also klar, Kreativität und Technik können auch andere mitbringen, aber er ist halt schon gleichzeitig auch dieser, wir haben immer Meckerrentner gesagt auf dem Feld. Also das werden wir dann erstmal nicht haben. Das ist vielleicht auch zu ersetzen. Keine Ahnung. Ich finde es schade, weil es irgendwie gut gepasst hat. Aber ja, man steigt halt aktuell nicht durch, was da ist. Und wenn es für beide Seiten so besser ist, dann muss man das wohl so akzeptieren. Leider. Ja. Mehr kann man da wahrscheinlich auch aktuell nicht dazu sagen. Ja. Ich glaube dabei, dem können wir uns alle anschließen. Und wie Basti gesagt hat, vielleicht erfahren wir irgendwann tatsächlich die Hintergründe, die jetzt tatsächlich, das muss ich sagen, tatsächlich zu diesem Wechsel geführt haben. Genau. Ein weiterer Spieler, der, ich glaube heute, oder war es gestern schon, von seinem Berater ins Gespräch gebracht wurde, der als nächstes auf der Abgangsliste sieht, der uns aber glaube ich auch nicht weiter verwundert ist, Zuber. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und gesagt, okay, nach der starken EM, die er gespielt hat, ist es jetzt nicht so total unwahrscheinlich, dass Angebote kommen. Das scheint auch noch so ein Abgangskandidat zu sein, wo ich jetzt nicht ganz so traurig bin, wenn es tatsächlich so kommt. Geht es euch da ähnlich? Ja, im Endeffekt war die EM mit ihm das Beste, was uns passieren konnte. Dass der sich da noch ein paar Notizbücher geschossen hat und wahrscheinlich uns eine Ablöse bringt, die die letzte Saison wahrscheinlich nicht hergegeben hätte. Also da kann der Eintracht vielleicht noch einen kleinen EM-Bonus abgreifen, der vielleicht an der UNIS-Stelle fehlt. Also, dass wir für Zuber zu viel bekommen könnten, kriegen wir wahrscheinlich bei UNIS zu wenig und deswegen gleicht sich das da Gott sei Dank ein bisschen aus. Du hast schon gesagt, ich weiß gar nicht, also es ist ein, für mich ist, also wenn er jetzt bleiben würde, hätte ich auch nichts dagegen, weil das ist halt trotzdem ein Backup, der wahrscheinlich nicht viel Stress macht, den du dann trotzdem ab und zu bringen kannst. Ich war am Anfang, als er kam, Fan, weil er mir in Hoffenheim ein paar Mal gut gefallen hat, dann habe ich ihn ein bisschen aus den Augen verloren und er hat, glaube ich, dieses Schnelligkeitsdefizit, was halt die Kaderplanung bei der Eintracht als Manko ausgemacht hat. Vielleicht fällt er deswegen so ein bisschen durchs Raster. Ja, du hast schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass hier eine Demonstration auf der Straße stattfinden wird, glaube ich, wenn er geht. Und wenn wir dann noch ein bisschen Cash kriegen und ich glaube, der Kicker hier ist einfach zu sagen, okay, er ist wahrscheinlich einer von diesen Dominosteinen, der gehaltfrei macht, der ein bisschen Cash bringt, um dann Dinge zu kaufen, die dafür sorgen, dass ich bei 3,90 auch wieder über die Eintracht sprechen kann. Du sprichst den Stoßstürmer an. Wer ist denn da gerade aus eurer Sicht so ein bisschen der Favorit, den ihr da habt? Da tauchen ja die wildesten Namen aktuell auf. Also ich bin ganz klar Team Vinicius. Ich weiß nicht, wie Patricia das sieht. Ja, auch. Also vor ein paar Wochen habe ich ja noch über Colomuani, oder hieß er so, geredet. Der, ich weiß gar nicht, ob der sich nicht zuletzt ein Tor gemacht hat, aber ich glaube, er hat sich auch irgendwie verletzt, angeschlagen, keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen angeschlagen, ja. Hat mir auch ganz gut gefallen. Vinicius habe ich mich jetzt auch so ein bisschen mit beschäftigt, also sehr, sehr oberflächlich, aber ich habe mich mit beschäftigt und hätte ich auch absolut nichts dagegen und wäre mehr als willkommen hier in Frankfurt und ich empfange ihn mit offenen Türen, wenn das endlich mal geschehen könnte, weil ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn im Sturm dann noch ein anderer Stürmer Typ neben Boree ist, weil ich auch glaube, Boree braucht einen Sturmpartner zumindest irgendwie einen Spieler, der ihm da auch die Räume so ein bisschen verschafft, die er braucht. Ich glaube, Boree kommt mehr über so, so, ja, Schnelligkeit und ist so ein wuseliger, kleiner Stürmer, aber auch schon alleine, um die Variabilität zu wahren vorne, wäre es schon, vor allem auch in der Bundesliga, du hast ja oft sehr, sehr große, bullige Innenverteidiger, da kann so ein Stoß Stürmer nicht schaden und ich glaube, wir weinen auch immer noch alle ein bisschen Haller hinterher. Ja, also so ein Stürmer Typ wäre schon ganz schön und Vinicius absolut gerne. Ja, also Vinicius ist halt, eigentlich ist Vinicius der Prototyp von Spielern, die wir eigentlich nicht bekommen. Ja. Also, ich meine, da ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat mit dieser Verleiherei, ich glaube bei Neapel dann irgendwann. Der ist ja ständig verliehen worden, weil er Benfica und Monaco, ich kriege gar nicht mehr zusammen, wo der überall war. Er ist von Neapel verliehen worden an Rio AWFC, die ist schon Liga Nost, dann kam er wieder zurück zu Neapel, weil der Laie ausgelaufen, dann ist er an Monaco ausgeliehen worden, dann kam er wieder zurück, dann ist er tatsächlich an Benfica verkauft worden und die haben ihn dann verliehen nach Tottenham. So, das ist ja jetzt nicht so, dass er scheinbar irgendwo seine Heimat gefunden hat. Also, er ist viel rumverliehen worden und man weiß ja auch, dass das nicht ideal ist als Spieler, um dich zu entwickeln. Und wenn du jetzt hier so eine hinteregger Kostic-Nummer durchziehst mit ihm, zu sagen, du gibst ihm das Gefühl, dass du auf ihn setzt, in gewisser Weise haben wir das ja Zill war ja auch gemacht so. Der war ja auch am Scheideweg zu sagen, werde ich jetzt noch ein guter Stürmer oder werde ich jetzt hier ständig verliehen und bin eigentlich dieses uneingelöste Versprechen. Und das geht für Vinicius genauso. Und wenn du wirklich, und das ist halt der Unterschied, den Eintracht Frankfurt dann machen muss, die können jetzt nicht einen Spieler holen und sagen, hallo, wir haben Geld für dich bezahlt, bitte mach. Ne, du musst es halt kaufen und wenn man es jetzt, blöder Vergleich, aber wir hatten ja hier oft von restaurieren die Rede damals in den ganz alten Sendungen noch, dass man sagt, um das Möbelstück musst du dich halt ein bisschen mehr kümmern. Und da kommt jetzt keiner vorbei und baut dir das komplett auf, zack, kannst du benutzen. Sondern das musst du wahrscheinlich selbst abholen, dann stellst du es zu Hause hin, dann musst du ein bisschen schleifen, dann hast du ein bisschen Dings. Aber wenn du diese Arbeit da reinsteckst, überragend. Also ganz ernst, Leute, wenn Vinicius und Boré, wenn die beiden sich auch nur im Ansatz da vorne verstehen, können die genau die Schwächen des anderen ausgleichen und dann Vollgas. Das ist genau dieser Dominostein, der nicht nur für den Transfermarkt gilt, sondern auch für diese Mannschaft. Weil Patrizia hat Haller angesprochen, wenn du über Haller redest, musst du auch über Jovic und Rebic reden, die auch von ihm profitiert haben. Das heißt, meine These ist, Jovic und Rebic wären niemals zu gut geworden, wenn Haller nicht gewesen wäre. Und vielleicht kann Vinicius das für Boré sein, vielleicht kann Boré das für Vinicius sein. Und vielleicht kann die Eintracht gerade dann, wenn irgendwann mal wieder busy mehr Zuschauer da sind, dafür sorgen, dass er sich hier wohlfühlt. Und wenn der sich wohlfühlt, hat er alle Fähigkeiten. Der Typ ist 1,90, der ist Brasilianer, der ist abschlussstark, der hat einen geilen Jubeln vor allen Dingen. Und ich wäre absoluter Fan von dieser Idee unter den Voraussetzungen, die ich genannt habe, dass man halt auch sagt, okay, geben dir bisschen Zeit, wir kümmern uns um dich. Bitte gib unserem Spiel ein bisschen Größe und Torgefahr, weil dann alle anderen, die jetzt noch so ein bisschen in der Luft hängen, eventuell auch Boden unter den Füßen bekommen. Und meiner Meinung nach wäre das halt nicht nur als einzelner Spieler geil, sondern auch dann mit den Folgen, die es eventuell haben könnte. Aber glaubst du wirklich, dass da ein direkter Kauf drin ist? Ich meine, wir reden hier von einem Spieler, der zumindest laut Transfermarkt irgendwie so einen Marktwert rund um die 20 Millionen hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann war die Kaufoption, die Tottenham hatte, lag irgendwie bei 45 Millionen. Ja. Das ist ja schon so ein Spieler, wo du einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich auf den Tisch legen musst. Ich glaube aber trotzdem, dass der Markt, der aktuell herrscht, dafür sorgt, dass du halt gewisse Vereine auch mal ein bisschen drücken kannst, zu sagen, ey, es geht sowieso nichts ab und wir sind vielleicht froh, wenn wir den überhaupt loswerden, weil ich glaube diese, was du gesagt hast, dieser Markt für 20 bis 40 Millionen, der ist komplett tot diesen Sommer. Ja. Du kaufst entweder jemand, der günstiger ist oder die anderen kaufen sich halt dann die absoluten Bretter. Ja. So dieser typische mittelhohe Regalmarkt, der ist halt tot. Du, deswegen ist Kostisch noch da. Deswegen siehst du sehr, sehr wenig Transfers, glaube ich, in diesem Budget, weil halt Corona viel Löcher gerissen hat. Das wird in Lissabon ähnlich sein. Ja. Und wenn die loswerden wollen, wird man sich da schon irgendwie einig und selbst wenn man dann halt, wir kennen es ja mittlerweile, dass du Ausgaben irgendwie in die Zukunft legst und sagst, okay, Obligation to buy, bla, 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 bla. Also von daher traue ich der Eintrag zu, dass man da ein Modell finden könnte, wenn man halt von ihnen überzeugt ist, dass er sich mit ihnen unterhalten hat, weil dieser Spielertyp. Ja, total. Ja. Ich bin großer Fan von dieser Idee. Müsste man vielleicht jetzt auch gerade just in diesem Moment dem PSW Eindhoven ein bisschen die Daumen drücken, weil die beiden Vereine Benfica und Eindhoven spielen gerade in der Champions League Quali und wenn ich das so richtig im Kopf habe, gibt es nur noch wenige Plätze. Also derjenige, der dieses Spiel gewinnt, wird sehr wahrscheinlich in die Champions League Gruppenphase dann reingehen und der andere dann in die Euro League dann abrutschen. Also von daher ist das natürlich dann auch noch mal etwas, was uns in die Kanten spielen könnte. Hoffen wir mal so ein bisschen. Aber Patricia, du hast noch nicht gesagt, wie sehr du Team Vinicius wärst, oder? Ja, sehr. Sehr. Gut. Dann schauen wir mal, was da an dieser Stelle passiert und ob wir da ein adäquates Finanzierungsmodell für diesen Spieler finden. Und dann ist auch die Frage, die tauchte heute auf, müssen wir vielleicht auch an anderen Positionen noch ein bisschen was tun oder müssen oder haben wir vielleicht da tatsächlich eine Alternative im Kader? Ja, und da passt eine Hörerfrage, die wir bekommen haben, ganz gut dazu. Heute kam nämlich auch die Information, dass es noch keine abschließende Diagnose bei Rode gibt. Es gibt zwar Untersuchungen des Knies, aber so richtig, was da jetzt Sache ist, weiß man noch nicht. Da sind wir ja auch so ein bisschen gebranntes Kind aus der Vergangenheit, wenn da so unklare Aussagen über Verletzung von Spielern waren. Ich bin froh, dass Dennis nicht da ist. Ich bin froh, dass Dennis nicht da ist. Genau, da wusste man nie, sind es jetzt dann nur sechs Monate oder gleich 18 Monate, die der Spieler ausfällt? Und wir haben so ein bisschen die Frage bekommen, was ist denn mit dem lieben Herrn Rustic? Ist der nicht eigentlich auch eine Alternative und müsste der nicht eigentlich viel mehr spielen? Und könnte das tatsächlich vielleicht eine Option sein, wenn ein Rode jetzt ein bisschen länger ausfällt, dann mehr mit so einem Mittelfeld so Rustic zu spielen? Wie ist denn so eure Gefühlslage? Diesmal darf Patricia anfangen. Na Gott, vielen Dank. Ich sehe Rustic irgendwie nicht als Sechser tatsächlich. Der hat ja, okay, jetzt habe ich wieder tatsächlich gesagt. Als dritte Mal. Er hat ja eigentlich viel offensiver gespielt zuletzt. Er hat ja auch unter Beweis gestellt, dass er offensive Fähigkeiten hat. Und vor allem neben Sow macht mir das dann so ein bisschen Sorgen. Er geht, glaube ich, so komplett dieses defensive Element verloren. Weil Sow ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt da so der Brecher ist auf der Sechser-Position. Er ist ja so dieser Box-to-Box-Spieler. Und wenn Rustic auch irgendwie, wenn es ihn so nach vorne zieht. Es ist zwar schön. Ich sage es ja auch immer wieder. Ich wünsche mir einen Sechser, der Spielaufbau kann, der da Ideen hat, der von hinten das Mittelfeld direkt quasi anführen kann, auch nach vorne. Hab da aber gern auch irgendwie noch eine sicherere Option. und ich weiß nicht, ob diese Kombi so Rustic mir nicht da so ein bisschen Sorgen bereitet. Klar, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt der beste Zeitpunkt ist, diverse Dinge noch auszuprobieren oder ob das jetzt nicht schon zu spät ist. Also gesehen haben wir die Kombi tatsächlich schon. In der letzten Saison im Spiel gegen Hoffenheim haben die beiden in der zweiten Halbzeit gespielt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da waren wir aber auch komplett auf das Thema Offensive. Da war Defensive halt überhaupt kein Problem, weil halt Hoffenheim zu dem Zeitpunkt total ungefährlich war. Das passt halt dann oder widerspricht so ein bisschen dem, was Masti vorhin gesagt hat, dass du, wenn du einen defensiv ausgerichteten Sechser hast, den du zurückziehen kannst, immer eine Option hast, um ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Das würde dir halt an der Stelle so ein bisschen verloren gehen. Basti, du hast versucht, der Frage aus dem Weg zu gehen. Warum? Ja, ich weiß nicht. Also die, seit Rustic da ist, das ist ein Phänomen, in den sehr viel hinein gegeistert. So, es war am Anfang, warum spielt der nicht? Warum spielt der nicht? Warum spielt der nicht? Warum spielt der nicht? Und dann hat er gespielt, hat das teilweise echt gut gemacht und nicht falsch verstehen. Ich finde es auch einen interessanten Spieler, der gute Standards schlägt, der hat was Besonderes. Also es ist irgendwie nicht so ein Spieler, den du einkategorisieren kannst. Aber Patricia hat das Wichtigste schon gesagt, du kannst nicht mit Rustic und So spielen. Wer soll denn da ein bisschen Defensive noch mit reinbringen? Dann hast du so zwei Achter, hast dann eben keinen Sechser mehr. Kannst du natürlich machen, wenn du, weiß ich nicht, 4-3-3 spielst. Dann hast du einen Sechser, vielleicht dann Ilse als absoluten Abräumer. So und Rustic dann. Und vorne irgendwie ein Dreieck. Ich finde den wichtig, um Optionen zu haben, weil der kann, wie Patricia gesagt hat, auch noch ein Stück weiter vorne spielen. Der hat, glaube ich, in Holland auch auf den Außen sogar gespielt. Also der ist flexibel einsetzbar. Wenn du Zuber abgibst, musst du ihn halten, damit du auch reagieren kannst. Wichtiger Punkt, ja. Aber ich kann nicht sagen, ach nee, wir kaufen keinen, weil der Rustic ist da. Das ist mir dann halt die Spur zu hart. Das ist dieses typische, ich weiß nicht, woher dieses Phänomen kommt. Die Spieler, die nicht spielen, die haben echt einen leichten Stand. Weil dann sagen sofort alle, ja, warum spielt denn der nicht mal? Klar, weil du kannst nicht das Gegenteil beweisen. Aber ich sehe es immer wieder zu denken, ja, wir brauchen einen Stoßstürmer. Und dann sagen die, nee, brauchen wir nicht, wir haben doch einen Ache. So, das sind so, das ist mir manchmal zu kurz gedacht. Zu denken, nur weil ich den jetzt nicht sehe und ich mir geil vorstellen könnte, dass er irgendwie das gut macht, reicht mir das nicht. Also wenn du jetzt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, nee, wir brauchen keinen Sechser und keinen Stoßstürmer mehr, weil wir haben Ache und den Rustic, dann würde ich sagen, akzeptiere ich, ist mir aber persönlich zu wenig. Hm. Verstehe. Das heißt, ihr werdet auch beide eher so auf der Variante, dass wir da auf jeden Fall noch einen Sechser verpflichten müssten. Auf jeden Fall. Und überhaupt nicht mal ein Ergänzungsspieler, sondern absolut einer, der sofort spielen kann. Ich weiß hier, der Bruder von Toram wurde ja hier auch gerüchtet. So ein. Aus Nizza, ja. Da gab es wohl auch heute... Absolute Fackelpunkt. Heute wohl Meldungen, dass man sich zumindest mit dem Spieler schon irgendwie einig wäre, aber mit dem Verein sich noch nicht auf Ablöse-Modalitäten geeinigt hat. Also könnte tatsächlich sein, dass da auch noch was kommt. Ich glaube auch, das wird sich jetzt vor allem bei diesen Spielern, die noch so in der Schwebe sind, wo du irgendwie, wo zumindest durchsickert, ach, man ist sich einig mit dem Spieler. Ich glaube, das wird sich so krass nach hinten ziehen, einfach Richtung Deadline Day vielleicht sogar. Einfach, weil die Vereine halt irgendwie gucken, wie weit können sie gehen? Finden die noch andere Optionen? Finden die irgendwie was, wo sie mehr Geld rausschlagen können? Und wenn nicht, dann kommt halt der Deal doch zustande. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine Hängepartie ist, so ein bisschen eine Geduldspartie auch. Ich hoffe aber, dass sich da irgendwie noch einiges ergibt dann hinten raus. Das war ja so ein bisschen das, was wir ja auch schon, ich glaube, in der letzten und sogar auch in der vorletzten Folge gesagt haben, dass bis der endgültige Kader steht, diese drei, vier Spieltage rum sind und das tatsächliche Zusammenfinden der Mannschaft und Spielsystem und so weiter dann erst in der Linder-Spielpause, die ja Anfang September ist, dann passieren wird. Scheint so ein bisschen die Richtung zu sein, auf die es geht. Ich fände es auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir da nochmal ein bisschen nachlegen würden mit einem Spieler, der, wie Basti gesagt hat, da von Anfang an direkt ran kann. Auch wenn Rode der Kapitän ist und ich ihn sehr mag, aber da wissen wir einfach nicht, wie viele Spiele der machen kann. und Hasebe ist ja auch schon irgendwie der 200-jährige Spieler bei uns. Da braucht es halt irgendwie dann noch einen, den du da halt immer stellen kannst. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch eine Glaubensfrage, zu denken, okay, wir wollen nicht unbedingt das aber größte Risiko eingehen finanziell, weil es ist auch Corona. Man muss die Eintracht da auch verstehen. Die Eintracht kann jetzt nicht einfach, ja, da haben wir da ein bisschen Geld eingenommen, okay, dann kaufen wir uns schnell ein. Aber du musst dich halt überlegen, was du machst, weil die Marktwerte, die du noch hast, die du jetzt vielleicht nicht losgeworden bist, weil irgendeiner keinen Cash hat, die kannst du dir auch, das geht halt auch schnell, dass das kaputt ist. Ja, das ist richtig. Du spielst eine Drecksaison, dann ist Kamala nicht mehr 25, sondern vielleicht nur noch 8 Millionen wert. Und diese Rechnung jetzt zu machen, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, aber die Eintracht muss diese Rechnung machen. Ob du in die Gefahr eingehst, dass du eine weniger gute Saison vielleicht spielt, als du es mit diesen Verpflichtungen, die wir hier die ganze Zeit besprechen, tun könntest, dadurch Geld sparst, aber vielleicht verlierst du es am Ende dann doch eher. Weil du halt, wie gesagt, wir wissen alle, wie das ist, wenn eine Mannschaft Elfter wird, es geht ganz schnell. Also nichts ändert sich ja schneller als im Fußball. Zu denken, boah, der war jetzt letztes Jahr, weil er noch so viel wert hat, dieses Jahr nicht mehr. Dann hast du plötzlich vielleicht irgendwie absolute Cracker, die dann Marktwert verlieren, weil du allgemein als Mannschaft nicht mehr so performst. Und da muss man halt, ja, das ist in Corona-Zeiten, ist es eine unfassbar schwierige Rechnung. Und ich hoffe und vertraue der Eintracht, da muss ich auch, dass sie da die richtige Entscheidung treffen wird. Und ich glaube ehrlich gesagt eher, dass die Eintracht hier ins moderate Risiko gehen wird. Was heißt moderates Risiko? Dass sie einen Stürmer und einen Sechser holen und beides keine Kraupen, sondern dass die, auch wenn der eine oder andere, der vielleicht als Abgang geplant war, nicht geht, die da eventuell vielleicht fünf bis acht Millionen Euro mehr ausgeben, als sie sich vielleicht vorgenommen haben. Genau aus diesen Überlegungen. Also zu denken, okay, vielleicht war der Plan, wirklich Kamada zu verkaufen, 25 und davon irgendwie zwei Löcher zu stopfen. Wenn das jetzt nicht klappt, dass man dann vielleicht sagt, okay, dann müssen wir es an anderer Stelle irgendwie reinholen und dann halt nochmal Geld drauflegen. Wie gesagt, das sind die Spekulationen, die ich habe von meinem Gefühl. Da wäre ich auch ehrlich gesagt stark dafür, anstatt zu sagen, okay, wir gehen gar kein Risiko ein, damit wir finanziell so stabil bleiben, wie wir sind. Weil das kann natürlich trotzdem, gerade in der Saison, wo du Europapokal spielst, kann das wirklich eine unglaublich ekelhafte Dynamik nach unten nehmen, auch wenn ich natürlich weiß, dass, glaube ich, das Niveau in der Bundesliga selten so schlecht war wie dieses Jahr. Ja. Ja, oder du hast halt dann wieder zwei Verpflichtungen in Form von Laie mit irgendwie einer Kaufoption, wo du vielleicht auch eher zwei Millionen mehr Ablöse dann am Ende der Saison akzeptierst, aber zumindestens dich irgendwie über die Saison bringst. Ja. Ja, das ist auch durchaus vorstellbar. Für das Spiel gegen Augsburg am Wochenende wird das aber allerdings noch keine Auswirkungen haben. Erstes Heimspiel der Saison vor 25.000 Fans. Augsburg am letzten Wochenende verloren, allerdings auch nicht so komplett zu unterschätzen. Die haben da auch, glaube ich, ich habe das Spiel nur so ein bisschen im Ticker tatsächlich verfolgt. So komplett unterschätzen darf man die da tatsächlich halt auch nicht. Ähm, was wären so eure Einschätzungen für das Spiel am Samstag? Patricia, fang du doch wieder an. Du hast den einen Spieler verpasst mit diesem Zirpen, das hätte jetzt gut gepasst. Das hätte jetzt tatsächlich gut gepasst. Gerade zum FCA merkt man, wie Patricia und ich uns darum gerissener über Augsburg sprechen. Ja, es ist schwierig. Also auch die jetzt schwierig einzuschätzen. Ja, mein Gott, es ist Augsburg. Es wird jetzt nicht sein, dass die auftreten wie Dortmund. Es ist aber auch so, dass ich das jetzt nicht zu hoch hängen will, dass die gegen Hoffenheim hoch verloren haben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde auch die gerade schwer einzuschätzen. Wünsche und erhoffe mir aber, dass das einfach ein besseres Spiel wird von der Eintracht und dass man da dann doch schon, weil stell dir jetzt mal das Worst-Case-Szenario vor, du verlierst jetzt das Heimspiel gegen Augsburg auch noch. Dann, glaube ich, wird es auch schon wieder unbequem. Schon alleine von den Diskussionen, die dann aufkommen. Aber auch, ja, mit Blick so, du hast halt aus zwei Spielen jetzt null Punkte geholt. Ist auch nicht so geil für den Start. Von daher wünsche ich mir, dass es gut geht. Einfach, dass man da jetzt so ein bisschen durchatmen kann und sagt, ja, guck, die Pflichtspiele gewinnen wir. Ähm, ja, aber Augsburg, es fällt mir halt tatsächlich sehr, sehr schwer, die einzuschätzen gerade. Auch wenn ich es nicht zu hoch hängen möchte. Es ist immer noch, es soll auch nicht respektlos klingen, aber Augsburg ist jetzt nicht der stärkste Konkurrent in der Liga. Von daher muss man da dann auch was zeigen. Augsburg hat auch Marco Richter nicht mehr. Da bin ich schon sehr erleichtert, weil das ist auch immer ein Problem gewesen. Weiß nicht, ob es einen neuen Kryptonit gibt in diesem Team, aber ich hoffe es nicht. Von daher, ich bin offen und ich werde mir es anschauen und einfach hoffen, dass es gut geht, weil ich ertrage das, glaube ich, nicht, was das für eine Dynamik nimmt, wenn man es verlieren sollte. Das ist echt interessant, weil ich hatte die gleichen Gedanken, zu denken, ey, wenn die Eintracht das jetzt nicht gewinnt. Ich glaube, ich persönlich wäre noch nicht in Panik, aber ich würde die Panik nicht ertragen, die dann entsteht. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich habe. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, da würde ich das ein bisschen ausblenden, was so überall geschrieben und geredet wird und hofft dann, dass die Eintracht sich in die Länderspielpause rettet und dann kommt ja das, was wir alle gesagt haben. Ich glaube, dann nach diesem Redline Day heißt es übrigens, Patrizia, nicht Redline Day. Sorry. Da sind wir dann schlauer und dann müssen wir halt gucken, wie sich das einspielt, weil ich will, also ich weigere mich. Ist mir auch egal, ob dann die Leute sauer sind und mir sagen, ich würde Dinge verharmlosen oder ich würde keine Spieler kritisieren, weil ich mit denen rumhänge und so. Was ein Schwachsinn das ist. Bei mir ist es tatsächlich nur so, wir können nicht immer, weiß ich nicht, wir haben bei Indica, bei Tuta, jetzt bei den Neuzugängen immer gesagt, als sie kamen oder als die angefangen haben zu spielen oder endlich, wir haben uns gewünscht, dass sie öfter spielen. Immer sagt jeder, ja, da muss man halt auch ein bisschen Geduld haben und Rückschläge rechnen. Manche Spieler brauchen Zeit. Ich kenne niemanden, der das nicht sagt. Aber wenn genau das, was man da sagt, gefordert ist, macht man es trotzdem nicht. Zu sagen, ah, Tuta reicht nicht. Ah, Lindström, also Leute, wenn man solche Transfers feiert und alle haben gesagt, boah, das ist ein Benmangatransfer, boah, das ist ein Benmangatransfer, ja Leute, dann müssen wir auch chillen. Die werden nicht hierher kommen und die Liga her spielen. Vielleicht irgendwann. Und diesen Weg muss man, glaube ich, aushalten. Und wenn der einigermaßen so gestaltet wird, dass man in der Gegenwart in jedem Spiel die richtige Einstellung hat, individuellen Fehler abstellt und das ein oder andere Spiel, im Zuge eine Entwicklung gewinnt, dann ist alles in Ordnung. Aber nicht nach zwei Spielen und selbst wenn es gegen Augsburg schief geht, dann anfangen, alles in Frage zu stellen. Da bin ich dann raus, muss ich sagen. Was nicht heißt und nochmal. Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr viel, der René hat sehr, sehr viel Proof on Tape bei Dingen, über die ich mich beschwert habe. Aber dann bitte zur rechten Zeit. Ja, das Material habe ich definitiv. Das ist so viel, dass ich das jetzt auch gar nicht mal alles nachholen oder nachhören wollen würde. Das ist, ne. Ne, ich finde auch einfach dieser Abgesang kommt mir dann immer zu früh. Es ist, ich finde es ja vollkommen in Ordnung, dass kritisiert wird, auch dass manche Leute das vielleicht schärfer formulieren, andere ist ein bisschen lascher, andere sich noch gar nicht trauen zu kritisieren und das irgendwie noch, das sind verschiedene Ansichtspunkte und Meinungen. Das ist auch alles in Ordnung und ich bin auch die Letzte, die sagt, ja, keine Ahnung, ich sehe das nicht, dass da irgendwas schief läuft. Aber wie gesagt, das ist zu früh für mich persönlich und auch einfach dieses Grundvertrauen, das ich da so ein bisschen habe. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir gesehen haben, mit Hütter lief am Anfang auch nicht alles rund und was danach folgte, war dann doch relativ gut. Und das Gleiche war jetzt auch letzte Saison, Glasner ist in die Champions League gekommen, aber Wolfsburg ist auch nicht besonders gut gestartet in die Saison damals. Also ich weiß noch, die waren diejenigen, die mit der Eintracht zusammen, habe ich glaube ich auch schon im Heimspiel gesagt, diese Unentschieden-Serie hatten, die für beide sehr unbefriedigend war. Für beide Mannschaften war das auch unter ihrem Niveau, auch was der Kader hergibt. Und letztendlich haben sich auch beide daraus gelöst und ich glaube, Wolfsburg sogar früher als die Eintracht. Also vertraue ich Glasner da auch, dass er dann Wege findet, um Probleme, die aktuell noch bestehen, zu lösen. Und von daher will ich mich nicht, selbst wenn jetzt Augsburg verloren geht, nach zwei Bundesligaspielen festlegen und sagen, nee, das wird diese Saison nichts. Und wenn es diese Saison auch nur mittelmäßig wird, wird es vielleicht nächste Saison noch besser. Wünsche ich mir nicht. Ich würde schon gerne eine gute Saison haben, aber auch dafür ist noch Zeit. Und deswegen, ja, ich finde es anstrengend, wenn man dann schon so extrem diese Negativität im Umfeld spürt, weil es einfach viel zu früh ist. Ja, klar. Soll jeder handhaben, wie er möchte, aber ich kann es auch so handhaben und versuchen zu ignorieren die Kritik dann. Also Kritik, die sind abgesangt. Kritik ist in Ordnung, aber Abgesänge stören mich tatsächlich. Ja, Kritik aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, so ab dem zehnten Spieltag weiß man, wohin es sich entwickeln wird oder könnte. Wir sind jetzt beim ersten Spieltag, der rum ist. Also da sind wir auch von dieser Marke, die wir uns selbst mal irgendwie gesetzt haben, eine ganze Zeit noch weg. Also von daher auch Kritik muss man da glaube ich jetzt noch so ein bisschen abwägen an der einen oder anderen Stelle. Eben. Und ich glaube abschließend zu diesen ganzen Bewertungen, die wir jetzt hier abgegeben haben, es ist trotzdem noch Dortmund gewesen. Das ist leider auch korrekt. Und dann kommt die spannende Frage, mit welcher Aufstellung gehen wir denn dann in dieses Augsburg-Spiel? Und vor allen Dingen in der Frage, wer spielt neben Sow? Ist Tutor wieder da? Und wie sieht die Offensivreihe aus? Basti? Keine Ahnung, Digga. Leider ist ja noch nicht, also Vinicius wird wahrscheinlich nicht spielen. Da sitzt heute noch auf der Bank gerade. Ja, korrekt. Es wird eng. Ja. Also Traps wird im Tor stehen. Das ist schon mal safe. Traps steht im Tor. Ein dicker Hinteregger würde ich mich jetzt auch mal hinreißen lassen. Ja. Fertig, die drei. Mhm. Kostic. Ja. Durm. Durm? Pfff. Erik Durm? Ja. Das war ein schöner Voice-Crack. Aber Durm wäre ich jetzt auch mitgegangen. Also das ist eine wichtige Frage, weil ich habe sowohl Durm als auch der Costa noch in meiner Kick-Base-Mannschaft. Das muss ich jetzt ganz genau wissen, damit ich weiß, wen ich da aufstelle. Das weiß ich nicht. Das fragst du am besten Glasner. Genau. Aber aus meiner Sicht wäre es Durm. Also Touré ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Das kommt zu früh für ihn. Das ist ein bisschen arg früh. Für die Zukunft meine ich nur. Ja. Würde mich auch freuen, ihn vielleicht mal wieder zu sehen. Ja. Aber jetzt wäre ich glaube ich auch auf dem Weg, den Basti einschlägt mit Durm. Gut. Dann hören Sie mir hier live zu, wie ich in meine Kick-Base-Mannschaft gehe. Da Costa auf die Bank setze und Erik Durm. Hervorragend. Vielen Dank. Wer spielt denn neben Sow? Hasebe. Ja. Das ist eigentlich auch ein relativ obviers Call. Und dann die Frage, die drei da vorne. Wieder Bore, Barkok, Kamada oder wird da rotiert? Ich würde ihn von Anfang an bringen. Für? Nee. Also Bore, ihn. Ja und dann weiß ich, hab ich gesagt schon wieder nicht. Siehst du? Vielleicht Kamada. Ich brauche es mich jetzt zu sagen. Helge. Helge. Zusammen mit. Helge. Das muss einfach so tun, als wäre man ein Holländer. Helge. Man muss das glaube ich auch nur so mit Selbstbewusstsein sprechen. Ja, stimmt. Dann glauben dir auch alle, dass du recht hast. Ja. Also sobald du jetzt zweifelst, so wie ich, wenn ich immer zöger, wenn ich sage, dann denken alle, oh, die kann das ja gar nicht aussprechen. Wenn ich das jetzt mit vollem Selbstbewusstsein sagen würde, würden alle denken, oh krass, die weiß, wie man es ausspricht. Ja, das ist wie betrunken Englisch reden. Ja, ich glaube, ich würde Helge. Da fühle ich mich nicht mehr so konfident, wenn ich betrunken Englisch sprechen muss, nee, da bin ich raus, sorry. Es gibt Bremssprachen immer besser betrunken. Man muss nur aufpassen, dass man die folgenden Wörter nach Hoge nicht auch dann so anspricht. Weil dann landet man ganz schnell den Mannheim. Hoge spielt, natürlich, vorne, das gewinnt immer. Aha. Hoge. So, auf jeden Fall spielt er. Er. Er spielt. In meiner Aufstellung Bore auch. Ja. Würde ich auch mitgeben. Die spielen nebeneinander bei mir und dahinter Kamala. Die spielen, okay, also tatsächlich zwei Stürmer. Ich mach die Hypotenuse auf die andere Seite lieber, René. Oui. Hm? Okay. Okay, okay, okay. Und den setzt du nach da vorne. Patricia, bist du damit einverstanden? Ja. Also, ja. Das heißt, Barcock geht raus. Ja, Lindström ist auch eine gute Alternative, kann man dann mal einwechseln. Ja. Für frischen Wind ist ja auch irgendwie ein relativ schneller, dynamischer Spieler. Ja. Was vielleicht, wenn Augsburg ein bisschen müde ist, klingt ganz gut, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Für Kamala oder so. Ja. Okay. Würde ich, glaube ich, mitgehen. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Hauptsache, Bore spielt, weil dann habe ich auch in meiner Kick-BS-Mannschaft, da brauche ich die Punkte definitiv auch. Gibt ja nicht so viele Optionen. Ja, und er spielt so ein bisschen seitenversetzt, dass er auch mal ausweichen kann und dann nicht irgendwer immer in diesem Zentrum gefangen ist. Und der wuselt doch sowieso überall rum. Ja, aber dann hat er wenigstens jemanden, der ihn dann vielleicht da vertreten kann, wenn er woanders rumwuselt. Ja, das wäre halt tatsächlich wichtig. Und das kann er hoffentlich auch. Dass da vorne einer... Sehr lustige Saison auf jeden Fall mit Höhe, gell? Einer ist, der irgendwie Bälle annimmt und vielleicht auch mal versucht aufs Tor zu schießen. Was ja tatsächlich, und da habe ich es schon wieder gesagt, verdammt, etwas ist, was uns in den ersten Spielen so ein bisschen abhandengekommen ist. So Schüsse aufs Tor. War nicht so das, was am meisten vorkam. Leider. Ja, dann ist noch die Frage nach Ergebnis. Wie geht das Spiel denn aus, Basti? Ich sag, die Eintracht gewinnt dreckig 2-0. Die Eintracht gewinnt dreckig 2-0. Wie dieses Spiel, wo wir kurz dachten, die Eintracht kriegt nochmal die Kurve richtig und Gems liegt. Okay. Patricia? Ich sag 3-1. Das ist blöd, weil das wäre auch mein Tipp. Oder ist mein Tipp. So rum. Ich sag auch 3-1, weil ein Tor kassieren wir. Ein Tor kassieren wir auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum rum. Aber wenn wir 3 Tore schießen, ist doch schön. Kann man sich doch, glaube ich, sehr mit anfreunden. Ja. Und dann sind wir quasi auch fast durch. Ich hab noch eine kurze Empfehlung. Und deswegen brauche ich jetzt gerade mal den Jingle der Vollständigkeit halber natürlich. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja. Wir hatten es vorhin schon gesagt, Patricia war gestern im Heimspiel. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber das guckt ihr sowieso alle. Von daher müssen wir das jetzt hier nicht noch großartig irgendwie erwähnen. Ich möchte euch tatsächlich mal einen Podcast wieder empfehlen. Den hatten wir auch hier schon ein paar Mal. Geht um das Thema Politik. Lage der Nation. Aus dem einfachen Grund, weil die in der aktuellen und in den zwei kommenden Folgen von den jeweiligen Kanzlerkandidatinnen Profile gemacht haben. Also die gucken sich quasi jede Menge Presseberichte an und versuchen so ein bisschen die Kandidaten zu beschreiben und so ein bisschen Pro und Contra und so. Was ist da passiert? Von daher, weil ja in fünf Wochen Bundestagswahl ist. Aber das, hast du das Laschet-Ding gehört? Ja, hab ich. Wahnsinn, Alter. Also ich hab's auch gehört. Schwierig. Ich höre das auch regelmäßig. Das ist schon hart. Also ihr solltet auf jeden Fall nicht zart beseitet sein und auch einen stabilen Magen haben. Das, äh, hilft. Weil da sind so ein paar Dinge, wo du ja auch denkst so, okay. Warum bitte? Warum ist dieser Mensch noch da? Am Ende hab ich absoluten Respekt vor dem, dass der sich so hoch genetworkt hat, ehrlich gesagt. Ja. Kann man schon sagen. Naja. Gut. Anderes Thema. Ich glaub, Patricia muss auch weg und ich bin auch froh, wenn ich nicht mehr über den Eintracht reden muss. Genau. Ganz kurz noch. Basti, vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, warum man sich auf jeden Fall die neue Ausgabe von Elf Freunde anschauen muss. Ähm, weil dort ein unglaublich geiles Cover vorne drauf ist. Ja. Und? Und? Ein längerer Artikel über die Eintracht, wo ich ein, zwei Sachen gesagt hab. So für anderthalb Seiten ungefähr. Glaub ich. Zwei Sachen. Wie kennst du mich? Ich bin dann immer sehr ausschweifend. Das ist zwar normalerweise eher Marvin, aber in dem Fall glauben wir dir das mal. Okay. Also von daher lest die neue Elf Freunde, die glaub ich ab heute oder ab morgen am Kiosk ist. Ab Donnerstag. Morgen. Also morgen. Je nachdem wann die das hier hören, die Leute. Je nachdem wann ihr das hört, ist das heute oder morgen. Für uns, weil wir das jetzt gerade am Mittwochabend aufnehmen, ist es definitiv morgen. Also geiles Cover. Basti sagt eins, zwei Dinge zur Eintracht. Was soll da schon schief gehen? So. Und dann machen wir jetzt hier tatsächlich Schluss, weil wie Basti schon gesagt hat, der Abend war lang und der Tag auch und deswegen freuen wir uns, wenn ihr das hier hört, freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns unterstützt. Wünschen euch eine schöne Restwoche und viel Spaß am Wochenende mit dem Spiel der Eintracht gegen Augsburg, vielleicht seid ihr ja auch im Stadion und könnt uns dann im Nachgang mal so einen kurzen Erfahrungsbericht zukommen lassen, wie das für euch war und wie das so gelaufen ist. Wir melden uns in der nächsten Woche auf jeden Fall zur gewohnten Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Hey! Eintracht! Hey! 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 Eintracht! 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 Bis zum nächsten Mal.